Hey, ich wollte dich nicht umdrehen. Ja! Ey! Ist das schlecht? Ey! Schmuh! Glück auf Leute und herzlich willkommen zu dieser anderen Fußball-Challenge hier auf dem Kanal des geilsten Clubs der Welt. Ich bin Nick und heute zusammen mit Steven. Hi! Wir machen heute einen Fußball-Pong. Das heißt, wir haben abwechselnd jeweils fünf Schüsse und versuchen aus etwa 10 Meter in diese Tonnen reinzulüpfen. Wie gesagt, fünf Versuche, derjenige der mehr trifft, hat die Challenge gewonnen. Aber in einem von den Tonnen ist ein Eimer mit kaltem Wasser. Wir wissen nicht wo, wird dann nochmal umso lustiger, wenn einer trifft. Ja. Dann hat das alles erklärt. Let's go! Du fängst an. Little hustle. Finish. Was? Ja! Ah! Soll ich hinter dir machen? Mach wie du willst. Sag es mir wie es dir lieber ist. Möchtest du es sehen? Möchtest du es sehen? Alles wunderschön. Oh, aber hinten ist es natürlich scheiße. Ich warte noch. Danke. Danke. So. Okay. So weit ist das. Kannst du ja weitergehen, ne? Ja. So. So. Ein halber Match war ich quasi, ne? Das war jetzt mal du. Ein halber. Näh, ich Idiot. So. So. Na, I need to, ne? Ich habe das. Ich hab erst mal. Jetzt das ist es. Das ist es. Das ist bitter, das ist einfach bitter. Ja, ja, ja! Also quasi wäre es ganz gut, wenn ich ihn jetzt reinmachen würde. So. Also wir mussten jetzt ja machen quasi. Oh, ist das ärgerlich. Ich würde noch einen Versuch geben. Vor mir. Machst du noch einen und ich einen? Ja. Ja komm, bau die Führung aus. Soll ich noch einen machen? Ja. Es wäre auch sehr skurril, wenn ich mit dem einzigen Ersten mache, oder? Ja. Man muss wissen, wann man da ist. Der Erste war der Wichtigste. Ja, das war's mit der Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Danke nochmal. Ja. Gern. Dann sehen wir uns bei der nächsten Challenge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020